Hallo, der Maxi hier. Wir sind hier wieder bei der weiteren Folge The Binding of Isaac. Ne, Quatsch. Brokkerti. Tut mir leid. Wir machen mal Einzel und Doppel. Ich weiß nicht, ob euch die letzte Folge gefallen hat, aber wir gucken einfach mal, wie diese Folge wird. Und ob wir ein paar sicke Goals machen oder so. Ich weiß nicht, ob ein Einzel kommt oder ein Doppel. Ein Doppel, das ist doch schön. Ja, gucken wir mal. So, los geht die Luzi. Wie geht es euch, Leute? Schön, das freut mich. Ich höre euch zwar nicht, aber ich kann trotzdem nachfragen. So, da haben wir das schon mal hier geregelt. Den Brotzen war einfach mal hier weg. Jetzt hoffen wir mal, dass der Teamkollege diesmal ein bisschen cooler drauf ist und dass ich nicht so übel verkacke. So wie jetzt gerade. Aber hey, das wird sich alles zeigen. Ich gehe mal zurück ins Tor, falls hier irgendwie ein Unglück passiert. Und dann stoße ich das Ding einfach mal ab. Nur mein Kollege war auch schon da dran. Hatten wir denselben Gedanken. Oh, hat er weitergeleitet? Oh, jetzt wollten zwei Leute da dran und das wird einfach nichts. Der gibt auch Pässe, du. Nice. Ja komm, gehen wir doch einfach mal so eckig da dran. Machen wir mal so einen Pass. Vielleicht kann er den ja verwandeln. Wo ist der? War da hinten. Der war ja super, ey. Geht ja bis zurück in die Bates. Ah, nice, ja. Das hätte ein Tor sein können. Hätte. So, einmal abstoßen. Schon wieder. Immer wenn ich helfen will zum Abstoßen, dann ist der schon da, der Boy. Jetzt ist keiner da gewesen. Jetzt haben wir uns beide nicht getraut, den Ball anzunehmen. Gut. Kann man machen. Sollte man vermeiden. Also einer sollte immer an den Ball gehen. Ja, Boost ist nicht da, leider. Ach ja. So, jetzt aber. Jetzt ziehen wir den einmal nach vorne. Der Kollege ist schon wieder da hinten, ey. Oh. Das war ein super Pass. Genauso wie das. Das war der beste Pass seit langem. Und da ist der Schuss. Oh. Was sag ich? Ich sag. Super, super. Danke. Das zimmert er den da rein. Ja, das war schön. So Fehler passieren, aber trotzdem einen Punkt bei uns. Und können wir den annehmen? Ja, das geht. Und jetzt machen wir einen Pass. Aber ich war schon da. Hab das Ding einfach mal geblockt. Na? Wird er denn wohl? Pfeilrückzieher. Ich hab als Kind immer Pfeilrückzieher gesagt, weil ich dachte, das ist ja ein Pfeilrückzieher. Ja, das war natürlich jetzt ein Bomben-Schuss-Versuch. Oh, der ist gut. Der kommt gut. Ja, der war gut. Da muss man schon sagen. Daneben gesprungen kann immer mal passieren. Bist kein Problem. Naja. Ich hab, ich hab, ich hab. Bleib hinten. Alles klar, super gemacht. Der ist sogar, weil er weiß, wie die Taktik funktioniert. Hat der andere dann dahin stürmen? Oh. 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 Das hat, das ist ja doof. Das ist ja, das tut mir leid. Das war scheiße. Ach ja. Ist ja noch ein bisschen, ne? Haben wir ja noch zwei Minuten, da kann noch viel passieren. Da müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen, hier. Dann klappt das auch. Oh. Wo kann der denn her? Spaceball. Oh, shit. Nee, hat er hat er hat er. Hat er hat er. Passt den mal zu mir. Ich wollte die anders blocken. Ja, super. Super Schuss, du. Ich kann mich heute nicht begeistern für die Scheiße. Mike, warum machst du denn dann eine Folge, wenn du keine Begeisterung hast? Jetzt wird hier richtig gechargt, Alter. Erster Ballkontakt. Geil. Und das war der Doppelschuss des Todes. Immer dranbleiben an der Pille. Hochleiten. Und dann kann er den schön versenken. Oder auch nicht. Ah, jetzt bin ich nicht da. Jetzt macht er hier so einen Killerangrück und ich bin hier hinten. Dann macht er nichts. Das war schlecht. Guten Tag. So, jetzt muss man mal den Ball hier abhalten. Zack. So macht man das. Dann gibt es auch nichts entgegen zu werden. Boah, da werde ich hier mit dem Ball da reingeschoben. So. Oh, oh. Wenn die den noch in den Finger kriegen, dann ist der echt doof. Dann liegt der genau auf dem Tor. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Nein. Wie kann man so doof sein? Da bleibe ich an der Wand. Da ist er noch eine Minute. Guck mal, wie behindert ich da hinten rumspringe. Und da bin ich einfach zu hochgedrückt. Aber der hätte den noch... Das war ja mal ein Anstoß, so. Das war ja ein richtig sicker Moose. Ja, jetzt habe ich den vorgelegt, damit er den besser schießen kann. Das mache ich, weil ich competitive Spieler bin. Und, ähm, das macht man da so. Und drückt er den rein? Ja, sieht gut aus. Super. Das war da super. Ich habe ihn. Falsches Komma. Ja. Das war schön. Jetzt steht es Gleichstand. Jetzt können wir noch nochmal ein Tor schießen. Hoffentlich prallen die so richtig fett nebeneinander. Wenn man sich den Ball direkt annehmen kann. Die Taktik habe ich euch erklärt. Der andere läuft dann dahin. So, dass der schön angenommen... Angen... Ach, bin ich da nicht dran gekommen, ey. Wat ne Scheiße. Ja, da kommt der Angriff schon wieder. Aber ich habe keinen Boost. Ohne Boost ist immer so ein bisschen schwer. Ja, das war... Was das jetzt für ein Schuss gewesen sein soll, weiß ich nicht. Oh, der liegt genau aufs Tor. Der... Nee, liegt der nicht. Es sah nur so aus. Der liegt genau aufs Tor. Ah. Oh, der war gut. Da waren wir zu spät dran und der stand einfach mega gut. So wie dem Fußball sein soll, ne? Da muss ich nur gut, wo wir funktionieren können. Weil jetzt habe ich gar nicht gepinkt, was ich denn habe. Wachter nicht. Vielleicht geht der ja noch ein. Ne. Leider ne. Das war doch ein super Match. Wir müssen bei irgendwas mit sechs oder sieben Minuten sein. Kann das sein? Ich bin nochmal bereit hier für eine Runde. Acht Minuten. So lange gehen die Verzögerungen. Krasse Scheiße. Ja, Junge, entscheide dich, ob du mitspielen willst oder nicht. Die ganzen Jecken, die da immer... Bin ich überhaupt im Bild? Sieht man mich? Ich gucke mal eben. Man sieht mich wunderbar. Ich leuchte schön. Die Farben sind toll. Das Bild ist ein bisschen verschwommen, aber das hat damit zu tun, dass ich nett bin. Und, ähm... Ja. Es läuft. Hier. Ich kriege diesmal einen anderen Kumpel. Dann ist das nochmal so... Ja, Junge, du musst da schon hin. Meine Fresse, ne. Habe ich den in der Schraube zerstört? Sorry, das war nicht mit Absicht. Komm, ich trage jetzt eine Schraube durch den Durch, Alter. Das ist richtig mies. Ja, komm. Ran da. Ey, was spielt der da? Rockenlig auf keinen Fall. Erstmal fluchen hier. Nur weil der da so eine Scheiße baut. Das ist doch kein Spieler. Was will der denn sein? Veteran? Mann. Dann dich auch immer in so eine Asi-Stimme wechseln. Wobei der keine Asi-Stimme ist. Eher wie so ein... So ein Hardcore-Fußball-Gott oder sowas in der Art. Oh. Der hätte schön sein können, wenn er den besser hätte. So, Double Dash hier an die Scheiße. Boah, die sind... Boah, die machen aber hier gute Plays, du. Da muss man nochmal mithalten, ja. Man kann ja die Ballkamera anmachen oder eine freie Kamera. Wobei die freie Kamera eher nicht so empfohlen ist. Das ist einer meiner Meinung. Oh, da dachte ich, das reicht. Nein, Gott, nee. Guck mal, ich war da in der richtigen Position. Ich war da... Ja, okay, ich war ein bisschen tief. Ein bisschen zu lange. Den habe ich. Ich mache den. Direkt. Tor. Sag ich ja. Zumindest ist er schon mal in Richtung des Tor. Boah, habe ich den in der Mitte abgefangen? Was ist da los mit dem Meißen? Macht er hier die Sicken Goals oder was? Da lasse ich nicht auf mir sitzen. Der wird direkt nahe hingeleitet. Ja, das ist jetzt nicht so eine coole Runde, ne? Also, so Folge meine ich, ne? Wir machen jetzt hier keine Sicken Goals. Vielleicht, vielleicht doch. Vielleicht. Das war schon... Das war schon mehr als sick. Mach den doch rein! Hatte den geblockt, leider. Der Kollege da. Kollege Schnürschuh. Oh, den hat der gut weitergeleitet. Ich hänge hier schon wieder wie so ein Lappen, ey. Ja. Der hätte richtig reingehen können, wenn der... Junge. Junge. Was ist das für ein Mitspieler, Alter? Wer kann da nix? Ist er? Verpisst er sich direkt? Kann ich direkt weitermachen hier mit? Bob oder was? Wo sind wir denn hier? Spielt wie scheiße und verpisst dich dann. Ich... Ich spiel das nicht. Das ist... Ich bin echt so angepisst dann immer. Weißt du, du kannst in einem Teamspiel, sowas wie League of Legends oder das hier, nicht alleine gewinnen. Wenn der Teamkollege scheiße spielt, spielt der Teamkollege scheiße. So wie die Aktion von dem jetzt. Da war ich nur zu langsam. Ein echter Mensch hätte das... Wenn der jetzt reingegangen wäre, ne? Dann hätte ich den Bot so gefeiert. Boah. An den Pfosten, Alter. Da war, da war ne Parade. Da kann man sich mal ein bisschen wat von abschneiden. So, Sabertooth. Du alter Bot, du. Ran an die Buletten, da. Krieg der nicht. Ich hasse solche Gegens. Ich werde jetzt noch zwei Minuten hängen und nichts machen können. Gar nichts. Habe ich einen dabei? Na, der Jinta. Vielleicht, vielleicht machen wir noch vier Tore in zwei Minuten. Ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Aber dafür muss man schon echt gut sein. Und der Gegner ist halt auch gut. Das ist das Problem. Was ist mit dem Jinta? Jinta! Ich kenne nur Günther. Ich nehme es aber auch alle an. Oh, der Gäste. Da hat der einen gesehen. Den hat er gesehen. Oh, shit. Weißt du, da waren sie schon wieder... Da waren sie schon wieder am Start direkt. Und jetzt habe ich gepengt. Meine Fresse, nee. Der war ein guter Pass von mir. Danke. Tschüss. So, Jinta. Du musst zum Ball. Jetzt verpisst er sich auch noch. Das gibt es nicht. Wir gucken einfach mal, ob ich noch ein Ehrentor alleine schießen kann. Was anderes bleibt mir ja leider nicht übrig. Naja. So ist das manchmal, ne? Solche Matches hat man auch. Boah, ich dachte, den macht der direkt schon wieder. Na? Ach, schade. Hat er den nachgekriegt. Ich fluch einfach mal. Junge, was ist los mit... Junge, was ist los mit... Leute, ey. Ohne Scheiß. Egal. Jetzt wissen sie Bescheid. Ich mache ein Ehrentor, gut ist. Oh, shit. Oh. Boah, der kommt doch gut. Der kann ruhig weiter so rollen. Die kommen doch aber auch immer dran, ne? Ich gehe kaputt. So, mein Bot-Kollege. Es wird immer Zeit, hier richtig Gas zu geben. Ich mache ein paar Rückbärts-Salto. Vielleicht bringt das ja was. So, jetzt kommt der Schuss. Das ist der Bot besser als ich selber. Krasse Scheiße. Oh. Na gut, Jess. Das ist doch super. Jetzt läuft es, ne? Auch wenn es mit Bot ist. Ob ich Ehre überhaupt... Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich Ehre richtig geschehen. Ist egal. Kann ich beachten. Butzer, kommt der an. Oh, der hat ja derselbe Idee, wie ich. So, liebe Leute. Das war es von meiner Seite euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, euer Mike. Tschüss.